Hast du dir mal überlegt, so richtig fett zu werden? Also eigentlich bin ich gerade so richtig dabei, schon fett zu werden. Ich habe in den letzten drei Jahren zwölf Kilo zugenommen. Mein Bauch sieht aus, als kriege ich Vierlinge. Aber mein Ziel ist es eigentlich, ich messe mich nämlich selber, dass ich in vier Jahren so fett bin, dass ich mit einer Ledercouch aus dem Fenster gehoben werde, mit einem Kram, dass man mich aus dem dritten Stock heben muss, nur wenn ich zur Fußpflege muss. Was macht Monika Lierhaus nach ihrer Trennung? Also ich glaube, sie wird mit Michael Schumacher gemeinsam eine Talkshow bei Sky bekommen, in der sie ihren prominenten Gästen nur eine Frage stellen. Weil die beiden so lange brauchen, um diese scheiß Frage zu stellen, wird der Gast auch nicht antworten oder ist scheißegal, was er antwortet. Und während der Abspann läuft, und das ist der Clou an dieser Sendung, werden sie das neue Sturmgewehr von Heckler & Koch, das G37, testen. Was machst du jetzt eigentlich so beruflich? Ich habe mich in der öffentlichen Verwaltung selbstständig gemacht, als Büroleiter. Ich bin jetzt nämlich mein eigener Büroleiter. Das ist mein Homeoffice-Paket, mit dem ich überall arbeiten kann. Aber privat konzentriere ich mich vor allem aufs Milchkaffee trinken.